Mein Name ist Andrini Hafner, ich bin Siebizeni und ich mache in der Oberwald meine 2-jährige Lehre als Küchergestellte EBA. Nach dem Abschluss hat mir die Oberwald die Chance gegeben, die Ausbildung als Köcher in EFZ nachzuholen. In der Oberwald lerne ich alle Küchenabläufe, vom Anrichten der Spiessen, über die Hygiene bis hin zu den fachgerechten Lagerungen und Zubereitungen der Spiessen. Am besten gefällt mir die Patisserie, dort stelle ich Süßspiessen und Desserts her. In der Patisserie muss man sehr genau und sorgfältig arbeiten, aber man kann auch sehr kreativ und selbstständig arbeiten. Für die Oberwald habe ich mich entschieden, dass ich das Gefühl hatte, dass ich vom Klinik- und Hotelkonzept sehr profitieren und viel lernen kann. Da finde ich Smart Cuisine besonders spannend, dass ich individuell auf die verschiedenen Ernährungsformen und Bedürfnisse von der Patientin und Gäste in Goja. Und das Team ist mega cool. Also komm und bewirb dich!